Wir machen jetzt eine Guided Meditation, eine Traumreise und da geht es darum, dass du dir ein Ziel für deine Zukunft vorstellst und die visualisierst, um diese zu verinnerlichen für dein Unterbewusstsein. Sehr gut, ich bin richtig gespannt. Dann würde ich sagen, starten wir, oder? Starten wir. Perfekt. Genau, Jenny. Setz dich in einen schönen, aufrechten Schneidersitz oder gemütlichen Sitz, der für dich sich gut anfühlt und dann darfst du gerne mal deine Schultern nach hinten unten rollen und deine Wirbelsäule ganz, ganz, ganz lang ziehen. Stell dir vor, wie so ein Faden an deiner Kopfkrone deine ganzen Wirbel alle auseinanderzieht, in die Länge zieht nach oben. Dein Kiefer ist ganz entspannt, der Punkt zwischen den Augenbrauen auch und gib dir selbst so ein Buddha-Smile auf deine Lippen, zieh ganz sanft deinen Mundwinkel nach oben und dann darfst du mit mir gerne einmal tief einatmen durch die Nase und durch den Mund aus. Und dann stell dir vor, du würdest eine große Treppe mit fünf Stufen nach unten gehen. Du nimmst die erste Stufe, die zweite immer tiefer, die dritte, die vierte, die fünfte und vor dir siehst du jetzt einen Kinosaal und du ganz alleine bist in diesem Kinosaal und suchst dir deinen Lieblingsplatz aus. Schau dich gerne mal richtig um, die roten Sessel und wie du dich fühlst, wenn du dich in diesen Sessel fallen lässt, dieses Ha, jetzt darf ich es mir gut gehen lassen, die Arbeit ist getan. Wie fühlt sich das an, die Zügel loslassen zu können und völlig sich in diesen Sessel fallen lassen zu dürfen? Geh in dieses Gefühl, wie fühlt es sich an? Und dann schau dir den schwarzen Bildschirm an, die Leinwand, ein ungeschriebenes Blatt, deine Zukunft. Stell dir jetzt auf dieser Leinwand einen Wunsch vor, ein Ziel für deine Zukunft. Als bereits erfüllt. Stell es dir richtig bildlich vor und vor allen Dingen geh in das Gefühl rein. Wie fühlt es dich an, dieses Ziel bereits erreicht zu haben? Jetzt. Wer ist dort? Wer ist dort? Wo bist du gerade? Stell dir dieses Szenario so bildlich wie möglich vor. und wie fühlt es sich an, dieses Ziel bereits erreicht zu haben? Bist du erleichtert, bist du stolz, voller Freude? kreier diese Gefühle jetzt in dir. Und stell dir dich nochmal vor, wie du in diesem Kinosaal sitzt und deine Zukunft auf dieser Leinwand anschauen darfst, ganz bildhaft, in allen Farben. Und du hast ein breites Lächeln im Gesicht. Weil du die tiefe Gewissheit hast, dass es dein göttliches Recht ist, dieses Ziel zu erreichen. Du hast es verdient. Und sag es dir einfach jetzt nochmal selbst. Ich habe es verdient, dieses Ziel zu erreichen. Danke. Und dann mach dich langsam wieder zum Ausgang vom Kino und nimm die fünf Treppenstufen wieder nach oben. Nimm die erste, die zweite, die dritte. Immer höher, die vierte, die fünfte. Und du bist hier wieder in diesem Raum. Du darfst die Atmung tiefer werden lassen. Tiefe Bauchatmung. Full yogic breath. Atme tief in den Bauchraum noch einmal. Und dann blinzel mit den Augen. Der Blick ist noch gesenkt, ganz starr und leer. Nichts aussagend. Und dann komm langsam wieder raus. Und mach all die Bewegungen, die dir gut tun. Das war richtig nice. Wie eine Stunde hat es sich für mich angefühlt. Es war richtig entspannt. Und ich war auch in einer komplett anderen Welt. Und ich war auch in einer komplett anderen Welt.